Wir sind wieder zurück bei Let's Play FIFA 15 Ultimate Team und ich möchte an dieser Stelle mal ganz kurz schauen, ähm... Wie viel denn... Ach guck mal, wir haben ja noch Sets, genau. Wir haben ja Kratis-Sets hier am Stissel. Premium-Bronze-Set, ja, das kannst du dir in den Hintern schieben. Da ist eh nur Müll drin. Vielleicht haben wir jetzt Iron Robin drin, wer weiß. Santana haben wir drin, hey. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, weil Ben hat hier ja fürs nächste Spiel... Alter, Son, willst du mich verarschen? Weil Son ja... Ach, Son sag ich schon hier, weil... äh, Benatia ja fürs nächste Spiel ausfällt. Hm. Da könnte man vielleicht mal schauen, dass wir ihn vielleicht durch Santana ersetzen. Gucken wir mal gleich. Und ich werde jetzt gleich mal gucken, wie viel Lewandowski kostet. Wahrscheinlich zu viel für unser Budget, für unser aktuelles. Ah, kann man ja mal gucken, ne? Kann man ja mal gucken, vielleicht kann man da irgendwas machen. So, Salvio, den kann man mal auf dem Transfermarkt tun. Die nehmen wir natürlich gerne mit. Und die tausend Münzen, da können wir auch gut gebrauchen. Finden wir durchaus Verwendung für. Schön. Und die Torwart-Chemie, guck mal, da haben wir noch keine von. Speichern wir mal in den Verbrauchsobjekten und dann ablegen den ganzen Ranzen. So, das Premium-Set machen wir jetzt noch nicht auf. Das hebe ich mir auf, für einen ganz besonderen Moment. Was das für ein Moment sein soll, weiß ich nicht. Aber er muss besonders sein. So, Robert Lewandowski, mal gucken wir mal. Was kostet der denn? Boah, das war noch ganz schön teuer. Ui. Das ist übel. Ich dachte, der wäre ein bisschen günstiger. Okay. Wir müssen noch ein bisschen Geld sparen und Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Was haltet ihr denn davon, wenn man sich statt FIFA-Points vielleicht Münzen kauft? Ich hätte dann da vielleicht eine Adresse, die nicht ganz so dubios ist wie andere. Wie gesagt, ich halte davon eigentlich relativ wenig, weil halt eben... Naja. Es ist offiziell nicht erlaubt, sich Münzen zu kaufen. Ähm. Aber ich... Halt, warte, 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 warte. Abbrechen. Ich weiß nicht. Ramos. Sorry, es ist vorbei. Viele haben sich's gewünscht. Wir tun mal wieder Thomas Müller vorne rein. So. Ähm. Ja, was haltet ihr davon, wenn wir uns vielleicht ein paar Münzen kaufen? Ich hab da vielleicht an 600.000 Münzen mal gedacht, dass wir mal so eine Spritze haben, so eine Finanzspritze. Weil mit Packs hatten wir ja echt null Glück gehabt. Ja, und deswegen hab ich mir gedacht, vielleicht mal ein paar... Mal ein paar Dingens. Ein paar Münzen gekauft und dadurch vielleicht mal ein Pack-Opening gemacht. Oh, der hat ein gutes Team. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon halten würdet. Dann machen wir das vielleicht mal bei Entbälde dann. Vielleicht dann schon nächste Woche. Ich guck mal, wie ich das hinbekomme. Vom Kaufen her. Ja, und dann gucken wir einfach mal. Dann können wir unsere Teams noch ein bisschen aufbessern, hier und da. Schreibt doch mal einfach eure Meinung unter dieses Video in die Kommentare, was ihr davon halten würdet, wenn wir uns ein paar Münzen kaufen. Ne, macht das mal. Würde mich mal interessieren. Und jetzt ist es aber erst mal wichtig, dass wir hier mal einen Sieg reinholen. Das geht schon wieder nicht gut los. Ne. Okay. Also, wir brauchen heute einen Sieg. Ich weiß nicht, ist das schon ein Matchballspiel? Ne, ich glaub, wir brauchen nur drei Punkte, um nicht abzusteigen. Das heißt, die Ausgangsposition ist eigentlich noch ganz machbar. Ja. So, Reus. Reus. Reus! Schade. Also ja, wie gesagt, die Ausgangsposition ist noch machbar. Es ist jetzt nicht so, dass das eine unmögliche Aufgabe ist. Wir bräuchten halt nur einen Sieg. Und falls wir heute keinen Sieg erlangen, ja, dann, ähm, wird es wahrscheinlich so sein, dass heute Abend noch eine Folge Ultimate Team kommt, in der wir dann probieren, quasi, ja, den, den Nichtabstieg klar zu machen. Ich will eigentlich nicht diese Seuchensaison oder diese Seucheneistung hier mitten die nächste Woche nehmen. Beziehungsweise diese Folge wird dann nicht heute kommen, sondern ich denke mal am Samstag oder so. Heute ist ja Freitag, da kommt ja nachher noch FIFA Karriere. Und, ähm, dann wird wahrscheinlich am Samstag noch eine Ultimate Team Folge kommen, quasi, mit dem, ja, mit dem Saisonfinale dann. Mal gucken, ob wir es schaffen oder nicht. Weiß es nicht. So, Müller. Körper reingestellt. Super. Unten ist Reus. Der Pass war schlecht. Ah, es war schön gespielt. Bringt ihm aber nichts, weil wir haben Alaba. So, der Ball ist super. Von Weidenfeller. Müller! Boah. Er sollte eigentlich auf Sydney Sand gehen. Alter, was hat der denn für einen Abwurf? Boah. Hier oben schön zudecken. Warum ist da kein Abwehrspieler, der da hingeht, Alter? Boah. Geht denn da keiner hin? Was ist los mit euch? Sam. Und Reus. Und Reus. Unsere zentrale Figur in der Offensive. Oh. Geht da einer mit? Schön. Und Schweinsteiger. Ja! Oh. Nein. So. Vielleicht ist das ja gar nicht Miole, sondern Manuel Neuer. Das ist so bescheuert. Ich frage mich, wo der Hype auf einmal herkam. Unglaublich. So, Götze. Mario Götze. Flanke. Oder Sam. Ich frage mich, warum Schweinsteiger immer so weit mit nach vorne geht. Ich will das eigentlich gar nicht. Weil ich den eigentlich hinten brauche. So, ich kann auch Trikot ziehen. So. Nein, jetzt geht da Müller hin. Jetzt geht... Nein, ich drücke auch noch Pass. Wo geht Müller denn dahin? Gut, der hat natürlich einen leichten Rechtsdrang, weil er halt eben ein RS ist und kein Stürmer direkt. Na gut. Egal. Oh, der ist gut. Müller. Nein. Schweini. Boah. Ich weiß auch nicht, warum ich das jetzt so quietsche, wenn ich irgendwie... wenn irgendwas passiert. Keine Ahnung. Oh. Ah, den müssen wir haben. Den müssen wir haben, Mann. Das gibt's doch nicht. An der Schweinsteiger kriegt auch keinen Zugriff. Ja, natürlich. Ja, fick dich doch einfach hart, ey. war okay. Den Außenriss unter die Latte, -Gellmann. Willst du mich verarschen? Wenn du überlegst, was Walker bei uns nur hingekriegt hat. Ja, jetzt guck dir das noch fünfmal an. Das ist ja so ein typisches FIFA-Tor, ganz ehrlich. Der Außenspieler startet hinter die Abwehr. LB-Y-Pass. Und abgeschlossen. Fertig. So. Das ist FIFA. Oh, wie ist Sam war das? Oh. Reus und Sam kann man eigentlich nicht vertauschen, Tobias. Tobias, bleib dran. Schön. Ach. Bleib dran, bleib dran, Sokrates, bleib dran. Schön. Schön in den Körper reingestellt. Reus ist nicht im Abseits. Danke. Und Müller. Ach, Mann. Ist klar, Alter. Müller ist so groß. Kannst du mir doch nicht erzählen, dass der an kein Kopfball rankommt. So kotzen ist das. Ja, blind. Alter, der war bei uns auch richtig schlecht. Teilweise. Und hoch. Super. Und Reus. Und Reus. Reus. Ich sag dazu gar nichts. Will mich dazu einfach nicht äußern. Ich werde mich dazu auch nicht äußern. Fakt ist auf jeden Fall, wenn wir absteigen, ist es verdammt bitter. Und ich möchte, also eigentlich hätte ich gerne mal eine Statistik, wie oft wir das Aluminium mit irgendwelchen Topspielern getroffen haben. Das hätte ich gerne mal. Das hätte ich gerne mal. Das wüsste ich gerne. So, super. Sam. Hatte mal ein bisschen freie Bahn jetzt. Ha, ha, ha. Smalling. Super Pass. Hm. 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 Das ist dumm. Okay. Schweinsteiger mit der Ecke. Leider zu sehr vor den Torwart getreten. Wollte ich eigentlich auch gar nicht. Ich hab den eigentlich ein bisschen, mit ein bisschen Effet getreten, aber gut. Ach, ja. Nur wieder das Gleiche. Wieder auf die Außen. Das ist immer so. Gehen wir nicht auf den Sack. Ja, weißt du, wie kann der denn so freistehner und was machen die denn da hinten? Natürlich, seine Spieler, egal ob Abwehrspieler oder Mittelfeldspieler, scheißegal, die können alle Tore schießen. Bei uns kriegt's nicht mal Marco Reus hin, oder was? Das hat auch nichts damit zu tun, dass es irgendwie, was weiß ich, Distanzschüsse oder sowas sind. Sie gehen ja aufs Tor, sie gehen ja an den Posten, aber sie könnten auch auch mal reingehen. Was macht der jetzt? Hobelt er sich ein drauf, dass er 2-0 führt, oder was? Oh, ja. Ja, geil, geil. Oh. So unnötig jetzt vor der Halbzeit noch das Tor kassieren. Das nervt. Ist der klar, ist der AFK, oder was? Ja, scheinbar nicht. Vor der Halbzeit jetzt noch ein Tor schießen könnten wir das. Weißt du, warum läuft Schweinsteiger am Ball vorbei? So, als wenn es ihn überhaupt nicht interessieren würde, was mit dem Ball passiert, was mit dem Ball ist. Warum zieht Alaba raus? Alter, ich raste da raus, ich kriege gleich einen fetten Anfall. Gleich ist es vorbei. Unfassbar. Das ist wieder so eine verschissen ausgeglichene Statistik, ne? Alter. Was mich ankotzt. Naja, ist eh wieder Abseits, oder was weiß ich was. Geht an den Posten, das weiß ich, keine Ahnung. Mal ein bisschen in die Offensive. Ja, er braucht einfach nur den Fuß hinstellen. Erzähl mir doch keinen. Und dann auch noch mit Smalling, der in echt noch nicht mal was geschissen bekommt. Hauptsache bei FIFA ist ein Gott. Pisst mich an. Ganz ehrlich. Ja, Sam, lauf doch auch mal. Was ist denn los mit dir? Müller, komm. Wenn ich das machen würde, Alter, dann würde es hier schon 8-0 für den Gegner stehen. Ja, Müller guckt lieber nur, der rennt gar nicht. Er guckt einfach. Oh, da kommt ein Ball, da kommt ein der her. Ja, kein. Ja. Nee, komm, ich... Das mit Sam, das tut auch überhaupt nicht. Das war für ein Spiel war das mal eine super Sache, aber jetzt mittlerweile, Alter, ist mir das echt ein bisschen zu blöd gerade. Und Gündogan gefällt mir im Moment auch überhaupt nicht. Ich tue mal die Bräune rein. Einfach in der Hoffnung, dass wir vielleicht ein bisschen frischen Wind nochmal haben. Vor allem, dass hier wieder im Desaster endet. Weil ich glaube, ich habe... Ich glaube, wir machen das so. Wenn wir das jetzt hier nicht gewinnen, das ist kein Abseits. Oben der hat aufgehoben. Was? Das war kein Abseits. Die Geschichte hatten wir ja letztens schon mal. Dann hat mir jemanden auf die Pinnwand gepostet, dass es tatsächlich kein Abseits war. Und das auch sogar relativ eindeutig. Das nervt halt einfach in der Situation, wo wir sind. Da noch solche Fehlentscheidungen, aber das kommt natürlich dann alles beieinander, ne. Das ist halt so. So, jetzt geht Aubameyang, komm schon. Okay, Reus kommt da nicht mehr hin. Er hätte aber auch mal früher starten können. Wo stand der denn schon wieder? Alter. Alaba? Was gibt's? Er hätte auch einfach Vorteil laufen lassen können. Ich meine, er war ja im Ballbesitz, ne. So, jetzt wird er hier im Dreieck gespielt. Dreiecksfußball, das Dreiecksprinzip, das gibt's auch nur in FIFA. Reus bringt uns mit Rücken zum Tor natürlich recht wenig. Komm, jetzt mal eine gute Ecke, Schweini. Was? Was ist denn das jetzt? Hey, was war das denn jetzt? What the fuck? Dann haben wir. Müssen wir haben. Ja. Wie der mir auf den Sack geht. Jetzt spielt er gleich wieder nach oben. Hey, dass das halt echt immer noch Erfolg hat, das nervt. Das ist so in FIFA keine Stark von der Bräune. Jetzt mal eine gute Flanke. Ja. Das erwarte ich. Oh. Kriegen wir einen Freischuss zu gepfiffen? Ich bin beeindruckt. Ah, der war aber nix. Hätte ich ihn besser kurz gespielt, glaube ich. Wäre wahrscheinlich mehr bei rumgekommen. So, sehr offensiv. Komm. Wir brauchen Punkte, wir brauchen Tore und er kommt schon wieder durch, weil Schweinsteiger es nicht geschissen bekommt, den scheiß Ball anzugreifen. Ja. Und da soll ich nicht meckern. Da soll ich nicht meckern. Ganz ehrlich. Ne. Da soll man sich nicht beschweren dürfen. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Ein Toto. Das ist ein Toto. Ja War ein schönes Tor Aber Was bringt's Ich kann mich nicht mehr über sowas mehr freuen Weißt du Weil es eigentlich ein echt geiles Tor war Von Marco Reus Aber zu spät Wahrscheinlich Ich meine es ist noch genug Zeit Wir können auch noch Aber es ist halt schon wieder Kurz vor halb neun Weißt du Weil der mit seinem Warcut auch schon wieder durchkommt Vielleicht sollte er mal von hier schießen Der macht da bestimmt noch ein Tor Natürlich Jetzt fängt es auch wieder an zu ruckeln Ach ja Natürlich Hör bitte auf zu ruckeln Ja Ruckelt scheinbar nur bei mir Sogar mit Blind nach Bermin Das ist nicht wahr Es war die gleiche Situation vorhin mit Ramos Wie oft haben wir mit Blind allein vom Tor gestanden Ne Einfach nur frustrierend dieses Spiel Einfach nur frustrierend Ja So Kevin De Bruyne nochmal Gibt nicht mal einen Elfmeter oder so Ich meine der hat uns da gerade voll weggerotzt Im Strafraum ne Ah ist okay FIFA ist okay Ich bin Schade, 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 schade. Na ja. Da kriegt der Obermejan noch mal einen Ball von uns. Und der Bräune. Der Bräune hat eigentlich einen richtig Bomben-Schuss. Aber... Du hast gedacht, ich bin so blöd oder was, hm? Was hättest du dir so gedacht? Alter, sogar Müll schießt daneben, ey. Das gibt's nicht. Ohne Worte einfach nur. Ohne Worte. Ich weiß noch nicht, sind wir jetzt abgestiegen direkt? Ich hab keine Ahnung. Na ja, kriegen wir schöne Pfiffe, das ist klar. Da kann ich uns stehen. Da kann ich die Fans vollends verstehen. Dass wir da Pfiffe kriegen. Ich guck jetzt grad mal, ob wir jetzt direkt runter schon sind. Schauen wir mal gerade. Ne, eine Chance haben wir noch. Also, heißt für uns Samstag. Um 13 Uhr gibt's das Finale hier in Liga 7. Und dann hoffe ich mal, dass wir vielleicht ein bisschen besser aufgestellt sind. Und vielleicht dann doch noch diesen einen einzigen Sieg irgendwie hinkriegen. Ich werd mein Bestes geben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Haut rein.